willkommen zurück zu ich wollte jetzt wirklich settlement survival sagen willkommen zurück zu kingdoms reborn weiter geht es hier in unserer wir haben eine million geknackt wir haben eine millionen leute eine ach ja unzugänglich und zugänglich weiß der geier warum ob ich hier irgendwo eine straße vergessen habe anzuschließen ich habe keine ahnung ich kann es euch nicht sagen wo dran es liegt aber wir brauchen auf jeden fall strom 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 und jede menge es ist welche buch hier abreißen dann kraft der kind das ist ja schlussburg strom ist mir wichtiger die hätten noch alle so dahin gepasst ich glaube warte mal dass ich mal eben gucken 12 macht keinen unterschied das macht keinen unterschied mein gut kommen kräuterlabor könnten wir auch ein kräuterlabor kann man auch noch so eigentlich hier unten in die ecke reinsetzen dass sie kein oder direkt hier verletzt ist der obst sammler das war einmal zu schnell gedrückt das war einmal zu schnell gedrückt das wollte ich nicht jetzt wollte ich nicht das wollte ich nicht empfehlt nämlich ist auch der strom militärkosten 1500 provinzeinnahmen basalensteuer gebäude unterhaltskosten luxusgüter ja ja noch was haben wir hier an verbesserungen landwirtschaftsministerium bei mehr als acht feldern technologie geburtenkontrolle leidenschaft sklavenarbeit motivation kohle aufbereitung kohle gibt 20 prozent mehr wärme ab auch ich auch nicht wir steuer sparsamkeitsbuch zu begrenzter unterhaltskosten für handelsunternehmen werden auf 1 reduziert ok 3 prozent industrielle produktivität pro stufe in den 3 prozent zufriedenheit durch luxusgüter ach es ist ratuskalen platz ok sozialhilfe panzer und habe ich denn jetzt hier was ist das denn landwirtschaftsministerium ich glaube ich ja nicht ich glaube ich ja nicht so was haben wir jetzt hier auch hier ich komme an den bau mal hier sein dann haben wir hier unten auch einen uhrmacher das ist doch wunderschön freuen die sich schon alle oder nicht die produktivitätskarte reinpacken wo ist auch ein kleiner freund der uhrmacher auch ein da sie ist fieste machte direkt ein gutes werk so möbel ja bier bier müsste man auch hoch drücken bier bier cannabis haben wir keramik culpen haben wir auch also bier zu bier 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 jetzt müssen wir gucken wo bauen wir die hin am besten nach oben irgendwo weil ich hier oben haben wir keine hier haben wir keine da rein war nicht aber da gratis drehung so den habe ich den nehme ich auch mit dann brauchen wir auch wenn du will hier schokolade habe ich er passt nicht er passt nicht da passt er auch nicht da auch nicht ist so ärgerlich und da und in dahin ach da habe ich schon sie sind auch alle am acker nach ja soll ich da noch eine straße rein am bauer da nämlich ein feld rein dafür noch industrie rein jetzt müssen wir hier gucken der straße die kann ich mich da nicht darüber führen was blöde ist da komme ich auch nicht drüber produktivität so das war ein bisschen blöd aber nun gut können wir nicht ändern können wir nicht ändern ist halt so ich halte so ich halte so bierbrauerei wodka und drücken wir die auch mal alle durch so du kriegst die auch noch rein so dann bauen da noch eine straße rein hier machen wir da genau was haben wir hier weizen dann machen wir da kartoffeln dann bauen wir da noch es ist die frage ich weiß nicht ob das funktioniert was nehmen wir da nehmen wir dann nehmen wir weizen dann immer aufweizen weil weizen haben am wenigsten wobei blaubeeren aber gar keine wenn ich das richtig sehe ja doch blaubeeren dann gehen wir da auf blaubeeren die parameter rein so den macht aus so frei ziegelei kohle mine so frei macht keramik nach der frei war keramik modische kleidung ja modische kleidung wir halt auch was ist denn wenn wir die modische kleidung hier unten mit reinbauen passt du da rein nicht passt der ganz einmal so 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 dann machst du modische kleidung und du machst auch modische kleidung sorgt dann machen die kleine städte hier alle versorgen hier könnte man auch noch hinbauen so alles was wir brauchen markt beton für möbelfabrik oder möbelfabrik rein da holz habe ich ja dann brauche ich mich ja auch nicht wundern warum die alle so unzufrieden hier sind dann brauche ich mich ja auch nicht wundern das brauchen noch was habe ich denn hier uhrmacher ziegelei kerzenziehe könnte man noch bauen glasware schön wort die wort ja wort ja gib mir die wort ja kaffee rösserei betonfabrik glas für die glasbläserei hotel hotel ein theater wächtig hier auch nicht verkehrt das interessiert die hier gar nicht interessiert die hier gar nicht also ich habe jetzt mit ein bisschen mehr begeisterung gerechnet sage ich euch als erinnere seo erdöl papier dass das da brauche ich alles nicht keramico habe ich mir ja weizemehl habe ich tonnenweise das kann ich ja schon verkaufen so viel mehl habe ich kind war auf toilette unterhält wieder ein ganzes haus sehr schön da brauche ich auch nicht weiterbauen da ist hier ist industrie technisch gesehen ist da ende der ist auch mir so cannabis habe ich wie viel produziere ich überhaupt wie viel produziere ich überhaupt von dem schönen grünen feust hallo holz holz habe ich kein ich habe kein kann aber es im nachhaltigen gar keins ok da passt noch ein fischer hin sehr schön sehr schön da komme ich auch nicht hin cannabis bier bier ist wenig haben die hier gar nicht möbel auch nicht keramik tulpen und bier ist auch problem tequila wo krieg ich denn bitte tequila her und teppiche und so wo krieg ich denn tequila her tequila interessant 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 tequila gibt es also auch was kann man denn hier was kann man denn hier verkaufen was kann man denn am meisten ist ja nicht so bei 1,2 millionen tequila tequila pita brot tequila pita brot tequila pita brot produktion verbraucht also schmach muss noch in dichtbeinen schm 84 schmuck пробor hoch drücken ist der juwelier gewesen schmuck war der juwelier ok dafür brauchen wir du stellst schmuck kinder genau juwelier du auch da müssen wir welche bauen wo bauen wir die hin da brauchst du gold und edelsteine edelstein und 3000 muss hier im endeffekt nur rausholen im im eim im 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 das 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 dann brauchen wir nicht da eine straße unter so sehr schön da haben wir nämlich hier noch edelsteine wunderbar wunderbar dann kann man hier noch lagerhäuser hinbauen die ecke interessiert mich sowieso kein druck ach die kann ich brauche eine fernstraße braunen fernstraße da haben wir kaffee tulpen wein kakao was kann denn noch alles hier erschließen da könnte ich noch cannabis da auch hier habe ich kaffee schwarzbär schwarzbär ich habe schwarzbär gefunden scheiße endlich endlich habe ich ihn ich habe schwarzbär kann man die bei eisen auch nutzen tatsache kannst du bei den ganzen rohstoffen auch nutzen das ist natürlich ne das macht die ganze sache jetzt noch interessanter hallo imperium von taba hallo dann könnte ich hier wein an oder gibt ja aber zuerst bevor wir die verlieren bevor hier irgendwelche missverständnisse aufkommen so guck mal hier da fehlt mir nur noch der panda bär dann fehlt mir nur noch der panda bär und dann könnt erstmal der panda bär dann so dann habe ich euch hier unten auch noch zwei jubiliere so dann können die nämlich hier auch noch schmuck herstellen du kriegst auch noch eine produktivität guck mal da machst du mich auch direkt fünf mehr handelsrouten braucht man keine handelsrouten braucht man keine leidenschaft sehr schön guck mal wunderbar topferei nehmen wir auch mit nehmen wir auch mit können wir hier unten auch noch hin bau sie ist sehr schön wunderbar dann drückt man die auch noch hoch auf 90 du kriegst aber keine ressourcen gold hast du jetzt gold hast du jetzt für akku und die armen schweine könnten wir aber die edelsteine habe ich hier irgendwo noch kann ich nicht einnehmen kriege ich dann außenposten hin da rein dann würde ich da zumindest noch die edelsteine rauskrieg einunddreißig stück äh 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 so handelsrouten eingerichtet da krieg ich meine edelsteine her alles ist auch sehr schön guck mal das ist doch wunderbar ist das das freut mich doch supi supi haben wir wieder einiges geschafft und da ist ja auch noch haben wir ja wieder einiges geschafft hier ab ab hier laufen bist du denn für ein hässliches teil wo packen wir dich denn hin ja wo packen wir dich denn hin lager zu weit entfernt du bist ja mal richtig hässlich ne drucker papier ach guck mal toiletten papier wir können schweißpapier herstellen wir können schweißpapier herstellen ich glaube es ja nicht jetzt schweißpapier ja wunderbar